Eine weitere Form von kombinierten Selektoren, die man in der Praxis sehr häufig braucht, sind sogenannte Kindselektoren und die möchte ich Ihnen hier jetzt anhand der Aufzählungszeichen für die Listen demonstrieren. Zunächst gehe ich ins Style Sheet und setze ans Ende einfach einen UL-Selektor, das bedeutet ungeordnete Listen auf der ganzen Seite und das Aufzählungszeichen kann man mit der Eigenschaft List Style Type auswählen und da ist eine Möglichkeit, eine Option Square. Das ist also ein eckiges Aufzählungszeichen, UL List Style Type, Doppelpunkt Square. Ja, gespeichert, neu laden und Sie sehen, auf der ganzen Seite werden alle ungeordneten Listen mit einem Quadrat als Aufzählungszeichen versehen. Das möchte ich nicht, ich möchte eigentlich nur die im Main-Bereich haben, also wähle ich den Nachfahren-Selektor Main-Leerstelle UL und der schränkt das ein auf den Wirkungsbereich Main. Hier oben die im Navi-Bereich, die sind nicht mehr quadratisch, aber hier noch alle. So, und wenn ich das jetzt noch weiter einstrengen möchte, nämlich nur die erste Ebene hier der ungeordneten Listen, also die eingerückten, die verschachtelten Liste hier, die soll das nicht haben, dann setze ich dazu einen Kind-Selektor, das größer als Main-Leerstelle, größer als Leerstelle UL. Das kann man auch ohne Leerstellen davor schreiben, dem Browser ist das völlig schnuppe, aber mit Leerstellen davor ist es für die meisten menschlichen Augen besser lesbar, also ich bevorzuge, dass auf jeden Fall gespeichert ist, neu laden und Sie sehen, jetzt wird nur hier die erste Listenebene ausgewählt. Das möchte ich Ihnen im DOM-Baum nochmal eben zeigen hier. Hier ist Main und hier ist die erste Listenebene und Sie sehen, hier ist der Selektor Main größer als UL in Aktion. Das bedeutet, wähle alle UL-Elemente, die ein Kind von Main sind. Das heißt, die Enkelkinder hier, dort, die werden nicht selektiert. Soweit zu den Kind-Selektoren hier im CSS.